Den Einstieg ins Berufsleben einfacher zu machen, aus dem Grund einmal danke an die ganzen Unternehmen, die bereit sind, nach Ruhl zu kommen. Die Einführung des Top-Trägers 2004, geht es oder? Die Einführung des Top-Trägers, die sind in der ersten Zeit, die sind in der ersten Zeit, die sind in der ersten Zeit. Die sind in der ersten Zeit, die sind in der ersten Zeit, die sind in der ersten Zeit. Was ist das für größere Stadt? Das war das für die Aufladung. Das war das für die Aufladung. Das war das für die Aufladung. Wir müssen es schaffen. Das war das für die Aufladung. Die Aufladung. Die Aufladung. Die Aufladung. Die Aufladung. Untertitelung. BR 2018